Ein jünger Mann rief mich auf und er wenkt bitteren Tränen. Ein jünger Mann von England, er geht durch Shiva Maduri gehennen. Er hat ein neuer Eidem. Der Eidem sitzt in der Heim ein ganzes Tag und er plaudert und er plaudert und er plaudert und er plaudert. Er tut gut nicht. Nicht der Abend, nicht der Welt, nicht der Arbeit, gut nicht. Er dreht sich und dreht sich und dreht sich. Ein feiner Mensch, aber nicht zur Sache. Er war der Meister. Ein ganzes Tag plaudert. Er schmiert sich mit der Wab. Er gibt die Sachen, die sie zu tun, die sie zu tun, nicht zu lernen, versteht sich? Stopp! Ein Hefke. Der Mensch ist leidig. Er hat nicht gut mit der Zeit, mit der Kirche. Der Engel Mann rief mich und gewangt auf den Telefon. Er hat mir gesagt, er ist schon gegangen zu etlichen von den größten Gedeulen in der Welt. Und andere sind gegangen zu den Eidem. Er ist gegangen zu den Rabbinen von den Eidem. Alle haben ihm gesagt, zu Gönisch zu was zu tun, du. Der Eidem, das ist er. Er geht keinem nicht folgen und er kennt sich nicht an den Dreien. Das ist es. Was darf mitleben. Und er hat ihm gesagt, sie darf ihn aushalten. Hahaha. Aber so hat er ihm gesagt, größer jeden, was den Missen aushalten. Er hat sie geklagt, als ob er eine Weile es riecht. Eine Weile es riecht. Eine Weile es riecht, zappet ihn nicht. Lass es wie es ist. Aber zappet eine Weile es riecht, schmeckt es ärger. Also er hat ihm gesagt, größer Pikkchen. Ich habe sie gesagt, einer nach einer anderen. Und also darfst du leben, darfst du Meis halten. Weil er wird keinem nicht gehen zu der Arbeit. Er ist nicht mehr Siegel. Der Rabaim kennen der Ingemann ganz fein. Das ist er. Das ist seine Natur. Und er kennt nicht. Er ist nicht kein Schlechter. Aber er geht gar nicht mit dem Leben. Er pattet die Zeit. Er macht sich narrisch. Er redt und applaudiert. Er wird ein kaltöwischer Beeilung. Bis der Ingemann und die kommen zu mir. Er ist schön gewesen, als Mensch. Und der Ingemann hat angemufft und sah ihn stehen. Keine Schweizer gewesen. Und er war dann zusammen. Und dann war der Teutmischige von ihm. Was er dreizig und dreizig. Und er sagt, das ist nicht normal. Du glaubst nicht. Was geht? Gehe Arbeit. Gehe Lern. Die Abis. Was ziehst du mit deinem Leben? Und er hat mir gefragt, wo stehst du? Aber ich habe gesagt, die erste Sache ist zu schwagen. Ich sage nicht kein Wort. Er sagt, das ist nicht nicht. Seit dann. Dan hat er einem mit dem Kopf gekauft. Er war sicher. Er hat verschiedene Menschen gewusst. Er hat einen gewissen Schwierigkeiten in seinem Leben. Und er war dann so. Gehe Linke. Und er hat gesagt, das ist nicht. Und sie ist nicht. Kritikiert ihn nicht. Sie ist nicht. Sie ist nicht. Kein Wort nicht. Macht sich nicht wissendig. In der Heim, so gewinnt er hier auf Antmannsatz. Er war hier von Polen. Leicht, was hat er mir so geglichen. Vielleicht werden die Alumni-Minion gefragt, was macht das? Er hat mir gesagt, macht sich nicht wissendig. Das ist die größte Sache. Er hat sich in Peckloch mitgebracht. Er hat einen älteren Jied mitgemacht in der Lage, dass ein interessanter Mensch gewinnt. Er hat mir gesagt, dass er frei ist. Und durch den Krieg ist er fremd geworden. Interessant, das ist seltenermaßen. Ein zäderer Jied. Aber so pflegen mich alle mal ein Freund. Macht sich nicht wissendig. Doch ich hatte physische Schmerzen. Er hat das genommen, als er geht. Er ist gelacht. Macht sich nicht wissendig. Das gewinnt sein Malch. Macht sich nicht wissendig von der Peckloch. Macht sich nicht wissendig. Macht sich nicht wissendig. Lass mich nicht reden. Hab ich gesagt, der jünger Mann schwägt dein Maul. Halt's Maul. Sog nicht das Wort. Zu deinem. Es geht nicht. Ich bin nicht. Sei mir, Karif. Macht sich nicht ein Problem. Es geht nicht. Du bist gut. Ich bin gut. Und alles ist gut. Und alles ist gut. Sei mir nicht stark. Kein nicht. Jungen. Wie bist du gewinnt? Sog nicht das Wort. Wie bist du mit der Zeit? Keinmal ist. Einer hat mich geschrieben. Er wollte wissen, wie können sich alles beinhalten. Nicht dürfen gehen zum Schwer. Ich weiß, warum Menschen nicht gehen zum Schwer. Das Schwer effen tut ein paar Pisk. Wenn es auch schon da ist, was man darf tut einigen Namen. Ich verstehe ganz fein. Was fragt schon Charles. Wie kann ich, also ich soll nicht davon gehen zum Schwer. Ich kann es gut verstehen. Er muss sterben und sagten, Beklau. Bekürt sie. Der jungen Mann hat geschwiegen. Der weiß ist, du am meisten, der hast du nicht. Er hat mir gesagt, einer, mein ganzer Keuch, was ich hab über dir, ist mein Stieke. Was ich bin still. Der Pfarrer begann. So, geh nicht. Geh nicht. Nichts. 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 Geh, lass ab. Kannst einmal sagen, na, geht das Wort. Schad nicht. Aber sie sagten, geh nicht. Hallo, was machst du? Und die, die schwer, die Schwieger, sag von ihm, mit deinem Geschäft, lass ab. Und lass ab. mein Tappen betuchen. Das kennst du jetzt hin. Da, wenn du zum Eibischten, Eibischte, kick was ich hab du. Und nicht, sie viel quetschen, zum Eibischte, noch nicht. Nichts. Nichts. Quetschen, Eibischte, kick was ich hab du. Und nicht. Nein. Nichts. Quetschen, zum Eibischte, noch nicht. Lass ab. Schwag dann mal. So, gull nicht. Du hast, der letzte, der Abendstiefer, die darfst du ziehen. Lass ab, mit dem Einen. So, du, Scholobayes, Boch Hashem, sag glick. Sie ist zufrieden, Vater genäßig. Frage nicht, was hat sich gegeben, mischt sich nicht, rein, mit der, wie, bis der Poie, mischt sich rein, ein ganzer Po. Als darfst du wissen, als mo, der jünger Mann, hat uns gedient, a ju, zart, hat er gelitten. Und er hat geschwiegen. Und er hat so gemacht, mich wissen nicht. Und er hat umgekickt, wie er redt, und 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 er redt. Höfel auf alle. Und er plaudert, und plaudert, und plaudert, und er sagt, was hat sich in du, und hat sich in dort, und was sagt, was. Es hat sich kein Tag, es geht gar nichts. und es ist nicht. Und da ist die zweite, sich der ganze Leben. A jahre später, hat mit der Mann, der Eidem sich aufgekabt, mit der für bestehend. Und die Umfangen, 10 Sachen. Heute ist der Eidem, wofürst du, wofürst du, wofürst du, und er fährt so gar gewaltig. Er sagt, mir zieh ihn, und er landen, es ist nicht zu gläub'n. Das ist der Kajach, man betuchen. Schwach! Das ist der Kajach, von Arbeiten am Midis, woß man redt nicht, wenn man darf nicht zu redden. Woß, was darf ich denn reden? Dass ein Mensch hat, hat Abubu, woß mehr bepatscht mit dem, woß er gewährt ist. Was darf man redden? Redt gar nichts. Es ist gewohnt besser im Ganzen. Das ist betuchen. Ich habe es gezegd bei meinem Rabbi. Einer von meinen Rabbi, mein Rabbi, mein Vater hier. Bei Garten sahen, stieb die Kinder, und er rupte ich, haben mich immer gezuffen. Ach! Ich bin 15 Jahre alt, die Boehrin, 14, 15, 16. Sie haben immer gekehrt nach Hause. Und dann schon gerade 13 Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, und sie haben immer gekehrt. Und er hat geschwiegen. Ich habe gesehen, wie mein Rabbi schwach. Er sagt nicht, das ist der Worte. Er lacht. Er hat doch gelernt, dass er muss, aber ich hatte die neue Leute, in der Maal, in der Maal, in der Maal, in der Maal, in der Maal. er hat eine neue Welt. Ich habe die Betrugung, das wird sich ausgleichen. Ich habe gesehen, mein Rabbi, ein Jahr später, ich habe gesehen, eine neue Welt. Ich habe gesehen, die Kinder, die sich in der ganzen Welt verletzen. die consequentale Masse musikationen Sie liegen und lernen, in der Schiene, also teuer, teuer, hingeladen. Die sind selber Gebber. was haben sich, als sie gedreht, haben sich gut gemacht als Team, aber sie mögen, was lassen sie Team was sie will, die jüngere Kinder lernen sich auf von sie wie man darf sein, haben sie geholfen die sind Inside, die dänen kommen, haben sie zur Familie oder sie haben gewonnen, sie haben gewonnen, sie haben geholfen und sie haben geholfen, sie haben geschickt, aber sie haben geschickt Sie waren schrecklich und mein Räber hat dann gesessen und gelacht. Keir ist es nicht seine Kinder. Ein Jahr später komme ich zurück zum selben Platz, selben Ort. Und ich sehe, nein, Kinder, das ist ein Geirg von einer, was mit sich nicht ist. Und er geht mit den Betuchen. Nein, er war der Damm. Aber kiek, was er dortin gewohnt. Keir nachher meis. Ein Mann darf ein Mensch sein, ein bisschen scharf. Die Menschen schrecken sich von Schweigen. Schrecken sich von Schweigen. Man schreckt sich von Dähe, von Jäne. Und ich sehe, wenn die daft gehen auf Jomte, zur Fremde Haus, wie die fühlt sich nicht, als sie war Quäm. Die Frau selten ihn. Aber bei der eigenen fühlt man sich nicht. Von was? Und all den Brüdern, dass ich größer, gräst, dass man gut mit dir ist. Oder, sie haben mehr Kinder, die als winterige Kinder. Oder, sehr Kinder sind in Gelingen, die sind nicht. Aber es kann noch sein, sie tun, dass jenes, alles so, in der ewigsten Gitt, jeder eine, pinkt, was er da aufhoben. Und man geht da rein, auf Jomte, bei Kreven. Und man sitzt dort, in der Wahrheit ist das gewaltig. Auch dort ist eine Gelegenheit zu arbeiten auf Middys. Rabbi Dirk de Müller hat amul gegangen mit mir, er fahre spaziert, in Gasse, in Brooklyn. Und mitten spaziert und sich geht da, er sucht mit amul und er sucht, »Azah, schöne Welt, hat er bei Ihnen schon verschaffen. Wir können arbeiten auf der Weg von Middys. Bei ihm ist das gewähnt, der Glück von dem Leben zu kennen arbeiten auf Middys. Schweigen ist eine schwere Sache. Warum sagen wir, warum das? Er sagt, ich habe sie nichts, aber er sagt, einer, »Mein ganze Kirche auf dir ist, was ich schweige.« Und ich weiß nicht, »Ich schweige, und ich gewinne.« Der, was schweigt, geht ihm geht. Man geht, man geht, also man schweigt, das aber auch geht, was darf man sich denken und kriegen. Aber amul behandelt dort mit der Jee, der Tata, der Schweige. Sie fahren in die Welt, kennt einem bei der Frau dieselbe Problem. Sie hat dort eine Mama, oder eine Schwäge, eine Schwäge, was er macht, mir ist in ihr Leben. Sie fahren alles. Die Kinder tun nicht effen in die Mäu. Ich habe schon gesagt, ein jünger Mann, wenn die kommt, sie da an Schwäge, und da an Schwäge führt der ganze Tisch, die Leute, an sie, beauf sie, ollen. Also, führt sich da an Schwäge. Also, die ganze Welt steht auf ein. Er setzt sich weg, in Sicke, oder in Stieb, und Jembeleideleisch bei Sie, alle da von Herren, seine Glockmes, seine Welt, und die Welt steht auf ein. Ei hat Kinder, hat Eidemes, amul geht es, was es nicht, soll er werden. Amul geht es nicht. Amul, die Kinder werden ganz einfach gewascht. Sie melden sich aus, weil unsere Kinder haben nicht keine Rolle, und sie suchen eine Besawalt, gar nicht. Ich habe gesucht, eine, wenn er geht zu seinen Eltern, seine Tate rett, weil ich Pussig Pum, ich begeß es, so meinst du, von der Litwische, er hat gelöst, er hat gewöhnt, bei der, der Schäferbrach, ein Litwische Jid, und er hat gedascht, und gedascht, und gedascht, und gedascht, und gedascht, wegen was? Wegen Teurelischma. Er hat gelöst, wie wichtig es ist, zu lernen Teurelischma, ein Litwischer, Teurelischma. Aber er hat gelöst, er sei lang, bis der Heilung ist gemacht, ausgegangen, weil das nicht gekannt, vertrug mich. Er redet, er redet, er lustig, er redet, er redet. Besauf, hat der Gerrit, aber gewöhnt, dort beim Tisch. Hat er gesucht, dem jenige Mann, bei euch, in der Sky, gewöhnt, kallab, bleib mit Teurelischma, zeichelit, vurem harbi. Er sei bei dir, oh wah, die redet von Teurelischma, und die redet, zeichelit, vurem harbi, oh wah, wie geht's, ich will, dass ich so, ich so, ich so, ich so, ich habe gesagt an einem und habe gesehen, er fängt an Pisk und die, ich habe nicht gedacht, er geht auf den Tisch und ich habe gesprochen mit ihm, ich habe gesagt, er geht an einem Zieidel, nicht gesinnt, ein Mensch geht an einem Zieidel, jene Tiet die ganze Reden und er Tiet nicht, und die Frau hat nicht gekannt, er geht es weiter, und er wird das ganze nicht, aber ich habe gesagt, die sucht da ein Stückchen zu tun, soll ich versuch einherren zu dir, aber ich habe gesagt, er hat sich endlich hingeladen, sei bei der Tate, sei bei der Schwer, er muss sehr viel in alles und die Kinder tun nicht einfach in den Mund, da hat man sich schnell an einem Stipp, und da hat er, ich kenne andere, wir sahen, Schwer ist gewähnt, er hat größer Tammel gekocht und er ist gewähnt, er hat gewähnt, er hat größer Tammel gekocht, und der Schwer hat ihm nicht, also die Mannach gewähnt, aber ich habe an einem, am Murat, hat der Schwer ist gewähnt, Brüggis, und er hat mich herangefallen, und einem ist nicht gewähnt, am Murat, er gewähnt, er hat einen kleinen Mann, aber auf den Schwer ist, hat er nicht gewähnt, und der Schwer hat Gott verdrückt, der Schwer hat vielleicht so scharfe Sachen angegeben, und der Schwer hat mich gehalten, und der Schwer hat mich gehalten, er hat mich gehalten, er hat mich gehalten, und der Schwer hatte eine Schwer. Und ich habe immer gesagt, Herz macht euch, die Geist jetzt auslehnende Schwer, als die Biss nicht in Katlekanie, die Biss nicht in Nebuchung, die Biss da ganz feine, größer Pisk, Pink Viehreis, lehne uns, wer du bist, Es hat nicht gewendet, weil es gewendet war ein eidler Mensch, der Eidem. Es hat nicht gewollt, aber zu suchen, haben keinen beliebten Schwer. Aber ich habe ausgelernt. Ich habe gesagt, ich kann zum Du suchen und Jens suchen, besser zu euch ausgelernt, wie zum Öffnen am Mund. Und mit der Zeit, und der Schwer pflegen sein, es pflegen mal der Lange, es gewendet ein Mensch, es ist schwer, es gewendet ein alter Kotzke. Was er kann der Lange, er kann daran suchen und taten, taten daran. Aber wo ist die Dose? Und 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 Jens ist so schwer, aber sie schaffen nicht. Aber schwer mischt sich nicht. Was bist du? Einer hat mich gefragt. Aber wo machen? Ich habe gesagt, zusammenkommen auf Jumte. Mit meiner Schwer hat er mich gefragt, die mischt sich. Aber ich habe gesagt, eine Sache mischt sich nicht. In jenems Geschäft. Ich schwag mal ein Mohl. Soll jener sein, der ganze Knacken. Soll er retten. Und ich nicht. Mir geht nicht an. Aber der Eidem, der Schwer hat ihm pflegen der Lange, in Tugenacht, wo man Wasser gewendet. Und zwar der Eidem ist das gewendet, weil der Eidem ist schon lang gewendet, der zerbrochene Keile. Wenn der Eidem, und jetzt davon mehr Dose fällt ihm nicht, er sah schwer. Was der Ältere um die Wege macht. Als Kind, du bist nicht gegen dies, nicht gegen Jens. Ich hatte ein paar Fallen. Ziefel. Der Vater hat er nicht gestiegen. Und er hat sich rumgekickt, wie er steht gar nicht. Wie kann man etwas wählen? Das behauptet nicht von sich. Und jetzt kommt sie gegen das Schwer. Und da langt er. Und er kennt es geht. Er weiß, wie sie da langt. Also geht. Zu machen. Ein Mensch will. Also wie er steht gar nicht. Der Schwer kann geht dem Luche. Und ich hab ihm gesuckt. Und er sagt, züge die Schwer im Puhn und Maran, als die aufs Paket vernehmt. Und der jünger Mann ist ein wenig schwer. Aber mit der Zeit hat er aufgegeben, da bissk. Und er hat er gesuckt, ein bisschen schwer. Und sie geben dem Schwer ein bisschen Kotzke Medizin. Mit neuer Kotzke wirklich. Nur jetzt ist er nicht wirklich verkehrt. Angegen der Schwer. Angegen der Eidem. Jetzt ist Eidem gewonnen. Ein echt klassiker Mechitziv. Ich hab ihm gesagt, bei der Echitzbejahske ist für dich. Also gewonnen. Ein riesiger Mechitziv. Und der Schwer hat schon gesehen, ein, oh, 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 oh. Mit dem können wir nicht handeln. Und heute leben sie bei Schulen bei Schaufe gewaltig. Für was? Weil der Eidem hat geöffnet, der Mohl. Und gelassen der Schwer wissen, dass er nicht richtig wusste, was das ist. Und der Schwer ist gewesen, ein bisschen nah. Er hat gewusst, er wollte kommen, er geht der Scheiches. Er wird doch schnell, er wollte, um zu verrippeln. Er hat gesagt, kriege ich mit dem Eidem. Da haben sie gewonnen, bester Freund. Neuwardeg, wenn man da weg ist, er wurde verrippelt, es gibt keine neue Reise. Er weiß nicht, dass er die Reise von Neuwardeg sich aufhängt hat, nach dem Geert der Meister und nach dem Neckritz hat es halt. die Reise von Neuwardeg er rief, der Prinz von Neuwardeg hat er ausgesehen, wie er Malach hat Schmeichel gegeben, und er hat gewöhnt, wie er Malach ist der Mensch. Die Reise von Neuwardeg lief in der Meilach von Neuwardeg und er hat sich einmal getroffen mit der Chazenisch in der Zimmerzeit mit der Chazenisch zusammengekommen, andere Yeshivas. Der Chazenisch kiegt den Mund und sagt, er sieht, er ist gepitzt und er sagt, wow, er sieht, dass er sich nicht mit der Neuwardeg mit der Neuwardeg mit der Neuwardeg hat er mir nach Neuwardeg gesagt, er zieht, und Neuwardeg bei uns nicht mit der Mitzwah wie der Schmatter, dass er nicht auf dem Weg auf dem Weg was man arbeitet auf sich. Er meldet man das. Aber im Endeffekt, als er nicht gearbeitet und er geht nach Gönisch was Menschen in Trachen, jetzt kannst du gehen normal. Ich bin schön durchgegangen alle die Kiefers. Ich halte mich sehr normal. Ich habe es gehört, endlich mal der Meister. Ich habe nicht kurz gestanden bei der Daes von der Beisbettisch von Neuwardeg und er hat gehalten die Stände wo es durch sein Sitte und du ist durch Platz er lege nach. Er kommt zu gehen er jungen manche gibt nicht das Acklige und er legt sein Sitte gleich auf und er steht dabei und er fangt den Davenen Beköl Rom gehilt durch Samukam. Und er steigt gleich Leben auf Negritz und er macht sich wissentlich als der Recherchiva steht dort und er macht sich heimisch mit Zahnständen auf der anderen Seite gehilt und er daven Beköl Rom und er war daven wenn er ist dort er macht das Arschgudel und er stand in Manaten und er geredet und er geredet und er war ein Mann und er hat gearbeitet auf die Sachen und er lieb gehabt zu arbeiten auf der Mitte und er hat er geredet in Frankreich und er reingekommen an jungen und er hat gemacht eine frucht vor allem in Trubes und und dort hat er gemacht sein 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 Benkel hat er gemacht flach und dann geht er und er geredet mit ihm und er hat gesehen und er nicht hat gewalt ist und er hat gewalt ist gewalt ein Mannige er hat er hat hat er hat er hat er hat 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 er hat 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 he hat 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 er hat hat her hat ist Jetzt. So machte becha gecho, zanei srotzen, kinzacharan, chappen, peisach, zanei srotzen, kinzacharan, peisach, 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 pitTY offered thanks to the tatsächlich teaching to the people, you knowtu su fear, and email, you knowtu how the heart has sung And I hope to help me. Now I ask you... Der Heilige Führer mag durch den Sogen, als keiner bin scheuel, der ganze Jumtiv kennt keiner bin scheuel, bete, was du willst. Und lass dich nicht auf der Tat, der Maschkirchen, lass dich nicht auf der Tat, alles geht auf der Tat. Bet, da heb ich alles, was du willst. Und sein ist nicht wohl, ich bin einfach nicht gleich. Bet, noch einmal und noch einmal. Nimm das Spazierengas, kicke auf seine schöne Welt, ess sein, geht essen, lern sein süße Tösses, und dann geh ab mit ihm und sag, Tate süße, ich will dos, ich will Jens. Und allebei, allebei trachten von anderen, das ist die beste Sache von Jumtiv. Zu schaffen Geld von anderen, das ist auch Jumtiv. Was mehr, was mehr? Und halten von sich. Bringen wir am Toren mit Kaloschen. Zu halten von sich. Was mehr, das heißt, gearbeitet am Mittag, wenn man hält von sich. Nebzell Haufen. Zeigen die Gula Schleimah, die Karte von Mohammed.